Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy XVI. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Okay. Keine Fänzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht im Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Ja, äh, letzte Folge war ich ja überhaupt nicht angetan. Äh, das war... Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war von da schön. So, dürfte ich jetzt mal meinen Satz zu Ende aussprechen? Ja, ich wollte sagen, letzte Folge hat mir ja nicht so gefallen. Das war sehr, sehr... ...unschön, nennen wir es mal so. Und ja. Ich denke mal, jetzt... ...diet wieder Fokus auf die Hauptstory gelegt. Und es kann nur besser werden. Und dass der Hype wieder zurückkommen kann. Da ist ja noch ein bisschen weit weg. Wo alles seinen Lauf nahm. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Oh, Lord. Das hätte ich dann in die letzte Folge noch packen können. Wenn das nur so ein kurzer Abschnitt ist, dann hätten wir gleich hier starten können. Naja, egal. Das kann ich nicht wissen. Das kann ich nicht wissen. Fast als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Nein. Genau wie ich's verlassen hab. Sehen wir uns um. Das ist hier kein angenehmer Besuch. Da wird alles in seiner Erinnerung wieder hochkommen. Natürlich nicht. Ui. Ist das von damals? Okay, warum besiegt er sich nicht schnell? Oder er sich umsieht? Okay. Was ist da? Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Das ist er. Er ist der Schlüssel zu allem. Ich muss ihm nach. Welch glücklicher Zufall. Wo ist er? Er muss doch hier sein. Verdammt. Er ist wieder entwischt. Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige. Du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Daher der Name der Burg. Hier hätte Joshua damals... Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. In deiner Begleitung? Nein. Das Apoliterium ist heilig. Nur der Dominus darf ihn ein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und für seine sichere Rückkehr gebetet. Wo könnte er nur sein? Vielleicht da drinnen. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Nicht möglich, die denn health feliz ist noch nein. Nein. Das war es mich für die Frage, Ich hice das noch auf. Ich Ninze habe so Aloi. will dich Сейчас mal die indегод LGdirector verursachen. örg Hole. danke joshua willst du wirklich absolut spannende musik hype kommt langsam wieder und wenn der kaputzenmann hier drin ist dann muss er die kraft des phoenix haben und der hat ja große ähnlichkeit mit joshua ich sehe einen dicken plot twist kommen ich kann nichts dafür du bist da draufgetreten mechanische spinnen ok es sind käfer aber sehen wie spinnen aus ja oh ja du kannst elektro schlagen das war es das war es das war es ja 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 was ist das denn sind wir jetzt in star wars lichtschmerkämpfe oder was aua ja 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 das ist das ist da ja 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 Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ort. Mehr Käfer. Ich muss aufpassen auf diese Kugeln. Die Kugeln sind gefährlich. Die Energiestrahlen tun ein bisschen weh. Ah, man bekommt aber Heiltränke. Okay. Das heißt, wir heilen uns automatisch, weil mein Inventar voll ist. Habe ich hier eine Karte? Nee. Mich würde halt interessieren, wie groß das hier ist. Das ist nur einer. Der ist bestimmt dann gefährlicher. Der kann sicher viel einstecken. Ich wollte es gerade sagen. Weil der hat ein dickes, leichter Schwert. Ich gehe mal aus dem Kraftfeld raus. So. Und... Dann brechen wir den mal. Kann ich... Ah, nee, den kann ich nicht runterreißen. So. Aber dann haben wir ihn schon mal gebrochen. Jawohl. Parade. Sehr gut. War mehr als glücklich, aber... So. So. Bam, 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 bam. Scheiße, das habe mir trotzdem Schaden gemacht. Ich dachte... Ich kann das unterbrechen. Leider nicht. Schade, das war ich nicht. Ei, 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 ei. Da gibt dir irgendetwas Sinn für dich? Noch nicht. Wir finden ihn und verschwinden. So einfach ist das, glaube ich, nicht live. Gunst des Windes, Krallensturm. Das ist irgendwas, was die Fähigkeit verbessert. Ich habe sowas für Lohnschwinge zum Beispiel auch schon. Da wird der Willensschaden um 10 erhöht. Bei Krallen Willensschadenerhöhung würde ich gerne sehen. Schaue ich mir dann nach der Folge an. Ob das nützlich ist? Jawohl. Ich bin wieder voll. Sehr gut. Okay, was sind das für drei komische... Was sind das für Dinge? Das ist ein... Feine Fantasy Classic, lieber Clive. Und... Ich kann Feuer gegen die gut einsetzen. Das Kampfsystem ist halt super auf dieses Action-System konzentriert. Die haben so elementäre Schwächen rausgenommen. Zustände haben sie rausgenommen. Also es gibt kein Gemach, kein Hass. Es gibt auch kein Confuse, kein Gift. Nix davon. Sie haben es hier allein auf das Action-Camp-System runtergebrochen. Also muss man sich auch keine Sorgen machen, dass mal der Bomber was absorbiert. Hätte Joshua all das auch durchmachen müssen? Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Der Phönix wäre wohl herzlicher empfangen worden. Mhm. Okay, hier ist jetzt keiner. Das ist ein Fahrstuhl, ne? Ja. Und weiter geht's. Wo landen wir wohl diesmal? Oben irgendwo. Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Davon ist auszugehen. Kann man in der Roma auch diesen Weg genommen? Das wissen wir erst, wenn wir ihm bis zum Ende folgen. Komm, gehen wir weiter. Oh, 1200 Geld. Obwohl Geldprobleme habe ich nicht. Und der nächste von diesen Typen. Da kommen links und rechts noch Sachen raus. Ich hab's gesehen. Was sind diese... Ja, die Kugel machen... Aua! Das ist jetzt am Anfang unnötiger Schaden, den ich hätte nicht fressen müssen. Alter, ich will die scheiß Kugel platt machen. Okay, er ist schon schnell weg. Mich trifft hier alles, was mich ansatzweise treffen kann. So. Wie kann mich jeder Move treffen? Ich bin so schlecht gerade. Hoe kann ich hier auch hier zu sehen? Ach. Raus auf den Kraftfeld Autsch Ich nehme mal einen Supertrank So Versuch mir deinen Willen mal zu brechen Natürlich kommen neue Gegner Aber der ist jetzt gerade gebrochen Chill Kümmer dich um den Abschaum hier Oh ich muss da raus Alter Mich trifft schon wieder fast alles Nehm super Das war knapp Langsam gehst du mir auf den Wecker Das hat weh getan Okay Die Packblasen die da aus dem Boden rausgekommen sind Die haben mich schon gestört Und die nächsten Aber diesmal sind es nur die Käfer wieder Ja Ja ich hab die Bomber gesehen Okay Okay ich hab den pariert Sehr gut War wieder nur Glück Aber Nimm das Die haben eben nicht so viel aufgehalten Oder Oder täusche ich mich da Wille des Windes Ja das sind jetzt diese Wind Dinger die ich schon für Die Phönix Sachen Die ich schon habe Das Gegenstück für Wind jetzt quasi Ein super Trank Yay Kann ich gut gebrauchen Okay das ist Okay Cutscene Rückweg ausgeschlossen Da kommt etwas Ist das das was ich denke Ja Ich hab langsam genug Also ein Boss Der kann nicht scheitern Ein Eisnigant Okay Da tue ich nicht so viel Willensschaden anrichten Da sollte ich nicht in der Nähe stehen Ich versuche mal ein bisschen was mit Fernkampf zu machen Jedenfalls bis meine Specials wieder aufgeladen sind So Kann ich ihn jetzt mit fataler Umarmung auf den Boden holen? Ja kann ich Dann gibt es eine Lohnschlinge So komm mal her Garuda ist denn wieder einsatzfähig? Ah schade Habe ich nicht wirklich getroffen So eine Lohnschlinge Und er ist gebrochen Jetzt habe ich bloß keine Lohnschlinge Für den Zustand Aber der Feuerwirbel ist glaube ich rechtzeitig Ne Der wird nicht rechtzeitig fertig Schade Geben wir den so Patronenstall wird vorbereitet Ah okay Man muss ihn unterbrechen Komm Schneller Das hat mir ziemlich weh getan Hex Aber Au, ei, 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 ei. Ah, verdammt. So. So, komm mal auf den Boden der Tatsachen zurück, mein Freund. Ja, komm mal hier hin. Komm mal zu mir, dann kannst du noch eine Lohnschwinge abbekommen. So, und zack! So. Entfernen wir uns mal von dir wieder. Und er ist gebrochen. So, die Lohnschwinge sollte dann wieder einsatzfähig sein, bevor er wieder aufstehen kann. Genauso ist es. Und zack! Bam! Komm, fall auseinander. Endlich. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Wahrscheinlich fragen sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und sie beschützen ihr Heim. Jill. Dort. Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Noch einer? Aha, wenn es davon so viele gibt, dann ist das nicht der Hetzelboss hier unten gewesen. Okay, meine Tränke sind voll. Leider bin ich nicht ganz voll, aber das wird vielleicht noch. So, wo muss ich jetzt hin? Da unten. Ich finde es cool, dass er hier immer noch liegt. Moment. Ne, es ist beides eine Sackgasse. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier drin passiert was. Mhm. Kapuzenmann nicht in Sicht. Was bist du denn? Das ist aus wie ein Elion. Okay, clever ausgedrückt, mein Freund. So, jetzt hab ich es. So, kann ich dich auf den Boden holen? Ja, kann ich. Oh Mann! Teleportieren ist unfair! Und gebrochen. Sehr gut. Hälfte habe ich schon mal. Hoppala, ich darf nicht so schlecht an den Rand stehen. Der Typ ist böse. Nimm mal einen Heiltank gleich. Aua! So, gebrochen. Ah, ich denke immer, ich kann da durchdäschen. Aber das kann ich nicht. Guck mal hier hin. Du bist noch unter 50% Willensleiste. Warum? Kann man ihn nicht zu Boden holen? Oder muss man das noch jemandem zaubend machen? Wahrscheinlich. So, das war's für ihn. Er ist ein bisschen nach einem Elion aus, würde ich sagen. So, das war einfach nur der andere Weg. Da hat sich eine Tür geöffnet. Und da komme ich noch nicht... Doch, da hat sich auch eine Tür geöffnet. wieder zwei Wege. Das ist interessant, Leute. Ja, wir sind aber am Ende der Erfolge. Was sich hier noch hinter den Türen verbirgt, das finden wir dann beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!